Wir haben dramatische Rohstoffpreissteigerungen seit Anfang des Jahres um über 100 Prozent, weil die großen Supplier beschlossen haben, ein System umzustellen von einer Jahresvertragsstruktur auf eine Quartalstruktur und gleichzeitig den Preis an den chinesischen Erdindex gehängt. Und damit müssen wir jetzt mit unseren Kunden wieder diskutieren über die höheren Preise, um diese Rohmaterialpreise eben auch an den Markt weiterzugeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Regierung dieses Thema jetzt sehr ernst nimmt, dass wir da sehr kooperativ zusammenarbeiten, dass das zusammen mit dem BDI passiert. Ich glaube, das ist eine breite Initiative, die uns sehr, sehr helfen wird, auch international auf der europäischen Ebene da zurecht zu kommen. Vielen Dank.